Ich meine, Cecilie, du hast noch Zeit. Was? Und viel mehr hast du noch? Okay, du hast noch genug. Guck mal, ich schieße jetzt in Richtung Melvin. Oh, du wohnst! Okay. Oh! Ich hatte nur noch ein halbes Herz, ja? Okay. Deine Level sind futsch. Na und, ich habe über 80 Level in meiner XP-Farm. Ja, wenn du so ein Verkaltes die von mir abholen. Ups, Alter. Außerdem, die Level werden hier überbewertet. Okay. Ja, gut. Ich habe jetzt Homing Bullets. Okay. Können wir an Melvin ärgern? Ja, Angel Ring habe ich dran. Den Lava Charm habe ich dran. Die Rüstung habe ich im Inventar. Ich habe verzauberten Gold-Appes. So Premium-Appe, Rot und Blau. Ja. Ey, warum läuft das so? Melvin, kommst du? Wir gehen Geier klatschen. Nee, ich habe keine Waffe. Okay, das jetzt herzustellen dauert... Was bist du denn? Der Eik. Nee, der ist voll hässlich. Naja, vielleicht. Aber nein. Was? Der heißt Imp. Das ist irgendwie hässlich und süß zusammen. Ein Melvin. Der ist genau Gegenteil von dir also. Ja, nee. Doch, du bist nur hässlich. Hier, kannst du behalten. Ich werde ihn in Ehren halten. Ich war gebuddelt, ey. Ich baue denen extra eine Kirche. Was brauche ich jetzt alles, CO2? Äh, die Dingsrüstung. Die Wirwanderrüstung. Ja. Eine Waffe. Habe ich mein cooles Schwert. Ja, dann hast du alles. Was besitze ich? Okay, soll ich direkt zu dir jetzt kommen? Ja. Batsch. Ich glaube, wir schaffen direkt für zwei Personen einen Gaia. Du hast ja schon Gaia-Erfahrung. Ja, bei dem ich tausendmal gestorben bin. Ey, Minecraft. Boah. Ich habe jetzt kein Jetpack dabei. Scheiße. Äh, du willst doch auch nicht fliegen am besten. Wo ist er denn? Auf der anderen Seite, krass. . Also, wo ist er? Oh! Uuuuuuuuuu Batsch! So, du kriegst echt jetzt, es kommen jetzt rellen vom Monster und du kriegst echt jetzt eben. Ich hab' keine Spielballen. Ehh, das ist ja kein Spielball. Ey, dieser Penner! Ey! also ich denke erst direkt auf die seite hieß gibt z auf den klub bekommen ja ich habe gar nichts bekommen weil mein inventar voll war boogen das das brauch ich nicht das brauch ich nicht Klaas, brauche ich nicht. Knochen, das brauche ich nicht. Ne Scheitplatte, die behalten wir das. Welche Scheitplatte? Kein Vino, Sack and Dua End, äh noch irgendwas. Irgendwas mit Musik steht drinnen. So dann habe ich ein Gaia-Spirit. Du solltest es eigentlich mehr als einen bekommen haben. Naja, 14 Jahre. Sag mal, ich will das nicht wieder einsammeln. Geh doch mal. Fall runter. So. Das will ich auch nicht haben. Drei Zombie-Köpfe, zwei Implatter, ein Zombie-Soul und zwei Loot-Bags. Eine Zombie-Seele? Kriege ich die Zombie-Seele? Warte. Ich habe die Seele runtergeschmissen. Ne, ne. Die Seele ist von meinem Schwert gedroppt. Da. Danke. Ja. Schaffen wir den zweiten Gaia auch noch? Wird schwerer. Okay, dann lassen wir uns da mit Zeit. Äh, aber ich kann ja wieder fliegen, das stimmt. Hehehe. Äh, ich sammle bei euch irgendwie immer Haufen Zeug ein. Okay. So. Wenn du bei dir in der Base bist, sag Bescheid. Ich flieg grad zu Melvin, aber wenn ich bei Melvin bin, kannst du... Kannst... Na, ich farm den jetzt noch für den Kopf. Okay. Melvin? Melvin? Mh? Hier. Nein. Doch. Öffne mal. Das sind Loot-Bags. Warte. Jetzt hab ich die Erde hier eingesammelt. Ernsthaft? Ja. So. Äh. Oh Gott, Minecraft Letztor. Nur Crap drinne gewesen? Warte. Ich wollt ja gern was raus... Oh, okay. Äh. Ey. Auf jeden Fall kannst du das alles behalten, was da drin ist. Oh, wow. Eine Void Crystal Schaufel. Hahaha. Ich bin sooo happy. Du, weißt du was ich hier aus einem, äh, aus vier Loot-Bags gekriegt hab? Was? Über 15 Torten. Hahaha. Ja. Okay. Das sagt doch alles, oder? Ja. So, mit Root gehts jetzt gleich weiter. Jetzt muss ich ganz kurz... Achievements Botania. Ähm. Gaia. Gaia. Okay. Jetzt muss ich das alles craften. Da brauche ich diese komischen Dinger. Okay. 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 Two Force Lovers. Was? Das ist echt... Ja. Two Force Lovers. Two Force Lovers. Asadassan. 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 Ja. Genau. So. Gaia weg vom Fenster. Dann gehen wir jetzt hier drauf. Da ist was explodiert. Ja, Gaia. Der traut sich ja was. Boah, ich glaub gleich stützt mir Minecraft ab. Ja, aber warum? Ladest du irgendwas hoch oder runter? Ne, ne. Abde... 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 Das heißt genau wenn die Aufnahme endet gehe ich runter. Geil. Ist eh gleich offen. Maven, du musst früher bei Dings online kommen. Es geht nicht anders. Wenn du online stehst, stelle ich es so hin, dass du nirgendwo runterfallen kannst. Ja, Maven, es geht nicht. Entweder oder. Ja, mach ich. Oh, du hast den Terra Blade gemacht? Ja, ich mach jetzt die Archivements von Botania noch. Ich mach jetzt erstmal das hier. Ich wollte auch noch was von Botania Craft, nämlich den Cloak. Aber nicht den auf Invisibility, sondern den da. Ja. Also Maven, morgen kommst du früher und bleibst länger noch, weißt Bescheid. Ja. So, machen wir das. Dann... Oh, ich seh jetzt richtig besteuert aus. Ich brauch eigentlich nur die Basics. Ike. Was mit dieser... Chestplate? Siehst du den umhanglich? Nee. Siehst du ihn jetzt? Ja, jetzt seh ich ihn. Was ist das jetzt? Rauch mich mal. Warte. Äh... Jetzt müssen wir kurz warten. Apropos, ich müsste... Jetzt versuch mich jetzt noch mal zuhauen. Nein, das ist gleich mal aus. Rauch mich jetzt mal. Ich hab keinen Schaden bekommen. Ja, das hab ich gesehen. Warten wir jetzt gleich noch mal ein bisschen und du haust mit deinem Schwert zu. Hm, gleich... Eisenkiste das... Eisen... Dann eine Chest... Da hab ich doch so viele da... Dann eine Chest... Da hab ich doch so viele da... Bist du durch Mana geschätzt? Nein, nicht wirklich. Durch was dann? Dieser Umhang sagt dafür, dass alle 10 Sekunden jeder Schaden, den ich bekommen würde, annulliert wird. Okay. Okay. Ich hab... Äh... Ich bekomm Schaden, der wird komplett auf Null gesetzt. 10 Sekunden Cooldown, passiert dasselbe nochmal, wenn ich Schaden bekomme. Okay. Okay. 13.000, jetzt legt mich fett, ey. Melvin, brauchst du Diamanten? Ich hab genug. Fünf? Gleich. Und der letzte! Yeah! Komplett die Achievements voll. Ja gut, dann beende ich jetzt die Aufnahme mal hier.